Stechen Sie mit der rechten Nadel von vorn nach hinten durch die Fallmasche und dann unter dem obersten Querfaden hindurch. Stechen Sie mit der linken Nadel vorn in die Masche ein und heben Sie sie über den Querfaden, als würden Sie die Masche abketten. Jetzt haben Sie die rechte Masche der Vorreihe wieder hergestellt. Stechen Sie mit der Spitze der linken Nadel von vorn in die Masche ein und heben Sie die Masche auf die linke Nadel. Nun können Sie die Masche ganz normal rechts abstricken.